Hi, und zwar hinter mir geht es schon richtig ab. Willi, wie groß ist die größte Bulle? 23, 24 Meter? Es schwenkt mal so leicht rum. Ich meine, das sieht von hier richtig popelig aus, aber wenn man da neben steht, dann ist das groß. Und hinter mir, Karl Dammbeck, wahrscheinlich der weltbekannteste Drachenbauer. Auch hier, natürlich. Was denn?